Sehen Sie zur Einstimmung auf die neuen Folgen Dark Dynasty, der Marathon. Gleich geht's weiter auf A&E. Ihre Kundschaft ist mal gefährlich. Sind wir hier, um uns zu prügeln oder um was zu tauschen? Und mal ein bisschen verrückt. Wissen Sie, womit man sich am besten ablenken kann? Mit einer Brust-OP? Ihre Waren sind mal skurril. Abgefahren. Und mal wirklich süß. Du darfst sie nicht ins Herz schließen, dafür ist ja zu viel wert. Kein Tausch. Ohne Überraschungen. Oh mein Gott. Barter Kings. Die Tauschprofis. Jeden Mittwoch, 23 Uhr. Auf A&E. Heute werden wir eine Bieterschlacht erleben. Bieterschlacht, Bieterschlacht. Nur wahres ist wahres. Alles startklar? Das ist volles Risiko, Risiko, Risiko. Genau das, was ich gerne kaufe. Ich werde bieten, 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 bieten. Schrott, 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 Schrott. Verkauft, verkauft. Wissen Sie, was das wert ist? Wert, 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 wert. Antiquität. Sammlerstück. Antiquität. Sammlerstück. Storage Wars. Geschäfte in Kanada. Ab 24. September. Auf A&E. Diese Familie ist geprägt durch respektvollen Umgang. Du gehst sofort zurück und ziehst etwas an, das wir ausgesucht haben. Und überschüssige Emotionen. Ich lasse es knallen. Hat er knallen gesagt? Boom, 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 boom. Duck Dynasty. Heute. 22 Uhr. Auf A&E. Was machst du da?